Spish is not always obvious Okay, also Smash macht mehr Knockback und Wasser macht mehr Schaden Aber man frisst auch mehr Damage Man macht weniger Knockback Das heißt, es ist besser für Kombinationseingriffe Alter, John Wayne Ja, bei mir auch Das geht weg, wenn man ne Smoke und ne Molly kommt Ja John Wayne und John Wick, Alter Wicked Ciao Was wollen wir denn eigentlich alle? Same Er hat da wieder Bodyblock Geil Auf gehts Auf gehts Okay, da müssen wir nochmal hinholfen Ich spiele keine Ahnung CS, Tabien God, that really you Yes Yes Alles, fass mal auf, in Englisch zu reden, Alter City Office 3 Merten, Alter, sind schon real geil Wookieface, wie retarded kann man sein Alter Deines Loops Der Face sich nicht so unter dir Der Face sich nicht so unter dir Geil Geil, ich hab kein Bock mehr Fertig, zuck nur Monster, Alter Nein Ey, Alex, hopp ich mal nicht, die gut Boss bei Wirklich? Boss bei Mach 10, ja Okay Let's go, alles Monster, jetzt durchpushen Let's go, 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 go Let's get in and out Was? Einfach drei Leute, ich glaub's Zwei noch 63 in zwei, Alter Bist du wieder Der Hure Schöne Wondi Äh, hier Halle ist halt Sack, Alter, Barbie Bigsters, big, 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 big Oben Smallsters, oben Was? Der hat nen Hit kassiert Oh, der ist schon drin, fuck Ja, meine Hostage Hast du Small? Nope Mhm Sind Smallsters Oben Ist das schon raus? Ja Oh, Jungs Oh, ja, der war hier oben Oh, ja, der war hier oben Wetter an Da war ja noch einer Da sind noch drei im Leben Ich weiß nicht Ich kann's immer noch nicht sehen Warum kann ich's immer noch nicht sehen? Der ist Small schon durch Da war halt auch wirklich alles schon durch Ja, wenn sie Nee, kein Bock Nee Aber wenn doch ein Schiff's wird Glaube ich so ein bisschen die Fenster popfen Ah Ich weiß nicht, ob da offen ist, Alter Man kann da einfach raus Ich glaube ich begebe Bösensturz Gut, dass keine Smallsters hat Ich halte Smallsters Insgesamt Ich jetzt Kaffee Da war er Föder. Müssen wir das zu Ende spielen. Kannst du jetzt irgendeinen rumblicken? Nein, wir können easy nachher turnen. Können wir easy turnen auf einer T-Side-Map, wo sie uns 3-0 wegholen? Ja! T-Side ist noch nicht mehr zur Hälfte rum. Fabi, das Spiel verlieren wir zu Null. Ja, immer diese Pessibisten hier. Null habe ich ihm gegeben. Wie kann das sein? Also... Sag doch an, dass er oben ist, Mann. Wir haben zusammen... Wir standen übereinander. Wer macht sowas? Die schlumpfen wir halt safe rein. Ich sag's wissen nicht. Aber das sind ihre Mains, wenn sie sind Global. Das ist Miners, das ist ne... Ja klar, das ist ne... Agency Mains Full Global Lobby. Minus 60. Ist mal oben. Das ist ein Wallbang auf jeden Fall. Du bist nicht der Einzige, das liegt an Philipp. Wir sehen das Wallbang. Einer ist schon oben auf dem Wallbang. Ja. Over. Immer noch oben? Ja, immer noch oben. Ach. Ach. Scheiße, wo ist das? Jo. Ich glaube, ich zock nebenbei in der Runde Aram oder so. Ich gucke mal nicht. Hey, ich will noch was essen. Ich weiß nicht. Er ist einfach von mir hier, Alter. Ich weiß ja nicht. Eins. Holger. Pfff. Pfff. Ach Alter. Pfff. Yarger. Wie da oben auf dem Wallstand, Alter. Noch einer Toilets. Kannst du ihn poppen vielleicht? Mit einer Arve. Äh. Opfer, das musst du nicht halten. Da ist Matten. reingepusht. Aber toll, das müsste sein. Ah, Halle durch. Von Connector aus. Von Connector. Connector noch einer. Warte, Awe. Nice. Besser. Wahrscheinlich das Monster. Aber ich weiß es nicht. Nicht? Wir gewinnen keine einzige Runde. Ich habe eine Awe. Ich würde hier Toilette halten. Dann gehe ich mal rüber. Oder wo warst du davon? Ich war City Office. Nein, ich City war nicht. Und wir haben 5 Runden anzugeben. Ah, auf ist einer Low. 10 HP noch. Noch ein zweiter. 2 Leute Ops. Nice. Good grenade. Toilette einer. Oh, nice. Einer ist T-Spawn. T-Spawn letzter. Oh, City ist wo meine denn? Ja, Richtungsmaß. Alle Gegner sind Terroristen. Die wollen die Leute klauen. Ah, der hat eine Awe. Ames Brawn. Ames Brawn. Ames Brawn. An diesem komischen Solar Scheiße. Wo hat mich das... Wo hat mich das... Ich habe... Verstehen wir nicht. Der hat noch viel zu viel Zeit. Zu den Geistern zu gehen. Lukas, Alter, gehen wir nicht in den AFK-Channel einfach. Das ist mir wieder zu laut. Ach, genau. Ich glaube, ich muss mich disconnecten. Wenn du wankst, kannst du auch warten, ja. Hä? Genau. Wie bitte? Wenn du wanken... Sollten wir einen extra Wank-Channel machen? Wank-Channel? Das ist ja richtig widerlich. Da kann man so zusammen da chillen und... Weißt du, was ich meine? Wenn ich rausgemucht werde, kann ich mir ja... Ich bin einfach... Ich bin einfach... Und wo alles gemirret ist. Ganz wenig. Wer hat... 10 HP, Max. Äh... The Office. Ja, ich bin jetzt trotzdem erstmal weg, Alter. Das ist mal... Der habe ich jetzt. Yo, tschau. Äh, Lukas. Hab ich. Was möchtet ihr haben? Also Wochenkönner abend. Also Wochenkönner abend. Nee, halt. Hello. Hallo. Alter. Widerlich. Hallo. Wir Zanzi, Leute. Ich glaube, ich packe mal noch den anderen Bot rein. Let's go. Pfff. Small kommt jetzt rein, oder brauche ich Hilfe? Da hast du den nicht, ne? Der runtergesprungen ist. Toilet. Oh, Mann. Toilet und City Office. Also... Also... City Office und Lobby. Hatte... Okay, halt meine Arme. Oh. Ist das denn Lobby letzter? Der hat eine Arme. Wo bist du? Lobby? Ich sag doch Lobby. Ich bin Connector. Okay. Na, okay. Der hat eine Arme B gehabt. Ich hab auch. Andi. Kein Problem. Was willst du, du Manager? Nicht mehr spielen müssen. Ja, kann ich tun. Ich bin in der K. Oder so. Das ist nämlich so ein Team. Jungs, halt aus. Das sind hier schon wieder... Toilet, keine. Ich hab den Geforce wieder zurückgegeben. Okay, das heißt... Bei uns. John Wayne. Bei Toilets. Mit der Arme. Die Orte ist schon drin, by the way. Zwei Stück. Nee, hast du nicht. Einer ist schon drin, Jungs. Small Room. Haker. Small Room. Small Room. Haker. Small Room. Small Room. Ne, hast du nicht. Boah, wie kann der denn durch... Waa... Waa... Der ist reingelaufen... Ich weiß doch nicht, warum... Auf einmal vier Leute in eine andere Puse spielen. ...und dann juckt's keinen mehr. Huuu... Man muss nicht die ersten... 10 Sekunden Smalls jetzt halten. Die brauchen noch ewig die Krasen. Let them go. Haha... Äh... Das ist ein Diss gegen mich, aber ich meine die trotzdem. Toilet einer. Noch zwei. Einer ist Small Stars. Hatten vielleicht zwei. Wo, wo, wo? Hatten mit. Down. Ist da noch einer, oder ist ein Decoy? Small Stars Laptor. BANG. Der oben. Wo? Der hat halt schon den Decoy von mir getrefft. Der Hurenzone nimmt sich einfach nicht aus, Alter. Haha, und du hebst sie auf. Ja, klar hebe sie auf, weil der den Fisch sich hält. Äh, ja. Go and drop. Haha, ganz erhaft. Ja. Ja, das können wir richtig krank kassieren, Mann. Ich brauche mir jetzt... Den Bottom-Fracker kann man mal einen Drop geben. Ganz ehrlich. Nicht mehr shafen. Warum habe ich nur noch 20... 80 HP? Ach, zwei Leute sind... Äh, Dings... Äh, ne... Dings ist... Office. T Office. Äh, CD Office, ja. Ja. Seht ihr auch, was habt ihr gesagt? Ja, da war eine Flash gerade nach außen. Zwei Leute waren drin, ich weiß nicht... Ich bin kurz dran. Da ist wahrscheinlich immer noch einer drin, oder? Mhm. Kann ich vom Connector gefistet werden, ja oder nein? Ne, ich bin da. Connector bin ich da, ja. Was? Hat das jemand gesehen? Der war hier oben drauf. Ne, 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 da. Oben hier auf der Rö- Ich bin da oben. Kernbehindert, alter. Ich dachte, das wäre ein Laich oder ein Dach, Alter? Ja, hier bitte. Weil ich sehe dein Geld nicht, Alter. Weil es weiß hinter dir. oder hast du Oh! Nice 9 Ja Zwei leben noch Werden wir kommen Der war nur Kann man eine Warbang? Ja Ja locker Weißt du? Ja 50 in 2 Der steht Nice Schön Alex Hat jemand eigentlich die Lade gesehen von mir? Hm Nice Fabi, ich trau die Die einfach einen brauchen zum Carrieren und wir nicht Finde ich richtig gut Hehehehehe Hehehehehe Warte No Alter Hehehe Keiner von denen ist bis jetzt toll Sind sie alles moll? Office war auch clear Einer ist oben Ja Connector können die nicht sein oder? Ne Connector sind wir durch Kannst du das City Office machen, dann war ich toll Ja Hoho Fabi alter City Office Minus 60 Hat nur ne AK jetzt Was? Was ist das? Achzeh in der Eins von Deine Ne Immer noch rechts Seid fort Hele weiss das ich komm 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 Alter B sic Hele Und erstmal vorbeischießen Und dann kann er nicht kommen dann Seenfami Ich wollte halt prefireen Da braucht jemand einen Drop. Ich würde den Diegel nehmen. Die jemand vielleicht hat. Mhm. Ich hab einen. Das ist halt, wenn eine Frau nach einer Diegel prägt, ne? Uff, Alter, jetzt krieg ich 8 Shards durch den Jump. Nein. Nein. Habt ihr Connector? CT Office links. Oh, die haben wir noch auf der Gutscheine gemacht. Toll, hier könnte einer sein. Der wurde gerade reingepackt. Oh, der ist down. Oh, nice man. Ich hab den Kopf gesehen. Nur ne Diegel. Und wer pärt der? Ich hab ihm 16 gebeten. Wenn dann von Utility geht. Er könnte zurückfallen, weiß ich nicht. Ich glaub, da ist noch ein Office drin. Ja. Hoffe ich zumindest. Ja, ist er. Alter. Oh. Hast ihn nicht. Was ist das Ding? Er hat die Reloaded Durch Seht ihr alles All right, hier Beeper sollte noch zu sein Du, das ganze zum scheiß Wasser-Bug haben Alter, same Der finkert mich insane halt schon Das kann nicht sein, Alter, der war leider eingesperrt Ich gehe in CT-Office Wir haben einen Bot Gehe ich in den Toilets? Noch einer, ja CT-Office ist clean Einer oben, glaube ich Toilets zusammen Ja Nein, wie war denn? 20 HP Toilet Toilets down Haben wir den Bot übernommen? CT-Office war der Vorhin doch clear Bot hat nur ne Pipsel Was? Da ist 1-Tap 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 Easy So lächerlich, Alter 2-Tap Oh, mir tut alles weh Auch dein linker Nassenflug Ich leg 2 Duelys Nice Nice Wer hat nur die? Ich nehm die nicht Moment, Moment 1-Tap Oh Gott, ich hab 320 Gnade Schaden Nice, Alter, ich hab Gülden bekommen Big Stairs einer? Ja, was war das denn schon wieder für ein Trigger von dem? Oh Oh, Hall-Om War er oder? Ja, 2 Und Big Stairs, Big Stairs auch noch Wo ist der letzte? Was? Oh, Alter, lutschten mir doch meine Klöten, ne? Uh Der war nidl Außer so alter wie andere Erstmal meine Keys verdoppelt Bei 150% Woll ich nicht mehr sagen Warte, wir können hier keine Reiferscouren Ja Ich glaub, du musst immer ein killen, damit du dir in der Farm was gebeten kannst Wenn du retalist Ventil close rechts Ja Ja Oh, ich call der Ongel Ja, aber ich war schon zu weit rausgelaufen Ja, aber der ist immer close rechts, wenn der nicht drepp oder oben ist Alle ist clear aus Tür-Off ist einer Ja Wahrscheinlich Big Stairs einer Ja, Fabi Ja, Big Stairs Ob den Ding Der war nidl Ja Oder? Ne Yo, Alter XTB, Alter Fabi, da hast du sie richtig dran bekommen, ne? Mhm Ja Ich glaub, ich glaub das restliche Game mit einer Diegel oben und versucht Leute zu holen Hm? Go, go, go Wir sind halt ahead, hör jetzt mal auf Fabi, Flash Zwei, einer links, einer rechts Zwei Zwei, der eine mit Pumpe noch Was? War schon ahead, oder? cq Natürlich hat er mich gesehen ah Alles super Nakadp, geht 50 Und das mal Asmold waschen Wenn man den nicht Treppe oder oben sieht, dann schaut mit denen rechts und killt den einen. Ich fack den Beeper-Rush. Ah ok, haben sie einfach offen gelassen, ist ja nur was passiert. Äh, CT-Office ist einer raus. Paper, T-Office 2, Small Room. Ist halt wieder nicht mitgelaufen. CT-Office ist einer runter. Oh, wir hätten halt so schön wie der Spawn sein können, Mann. Ja, anscheinend ja nicht, da ist ein Connector gelaufen. Und einer gleich links. Aber ziemlich safe bei einem Connector. Es sind gerade zwei Leute Connector, ich schaue. Ich bin ein Idiot. Oh no. Ja, ein leichter Block. Ach komm, ey. Nicht decken. Ich hab ihn nicht zu entschreiben. certainty, nein, sowas nicht zu louhen. Ich hab ihn gestiftet 있어. The only Sommer ist sein Leben in쉬 doubles. Das ist weird. Ach, Mann, nein, nein. Eikon Mark. Joho. Boost, please. Nochmal bussen, 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 bussen. Noch einer back. Drei gegen eins. Das ist auch noch oben. Ich dachte, er ist big, der ist big. Big. Ja. Okay. Zehn HP dann. Ach, ich bin der Letzte. Ich bin so. Ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte. Ja. Ich bin der Letzte. 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 Echt? Nice. Ist doch, wir müssen ja nicht pushen. Wir müssen ja nur halten. Stimmt. Hast recht. Die pushen doch die ganze Zeit. Registrächtleiner. Machst du rüber, jump? Ich bin der Letzte. Schau. Ich bin der Letzte. Schau. Ich kann das nicht mehr rein. Schau. Schau. ihn als toter früher echt ich schaue manchmal mehr dazu und traf mich wie die gegner nicht sieht weil sie hinter das hochstehen und als zuschauer siehst du sie aus einer ist small, los rechts small einer einer ist mir 70 fastball fastball ich glaube die alte Züge haben von den 4 let's go, let's go ich glaube counter boost, minus 40 sowas gibts oh, minus 50 big stairs haa der ist nicht low der ist nicht low äh ich glaube ich kauf abs von über farmers und stelle auf burst fire um dropp ich hm weil wie kurz bevor du stirbst musst du auf burst fire umstellen ok damit die leute die es aufheben erstmal gejoinkt werden und deswegen korrekt was für meine Seamers aufheben? das sind die ultimativen Breastplains natürlich schieb ich wieder nicht nach 5 jetzt ah na 2 was? ok, nur 1 bis jetzt das ist tot was ist was ist Mitte? unten nice das ist ein gutes Knopf ja ich weiß nicht mehr wo Mitte ist, alter Hall ah, du meinst Lobby Big Hall das ist nicht Lobby das ist Big Hall Big Hall Lobby ist hier bei uns Lobby? Bobby? das ist sie gespawnt nee ja ich du Mango äh nur mal so informationsmäßig seid ihr danach immer noch drin? äh ich weiß nicht ja auch wir wollen nur ne Runde PS spielen ok nice dann warte ich ich werde raus wie kann der nicht tot sein? 9 6 69 in 3 äh 69 2 stecken Lobby sch... nicht schlecht nicht schlecht nicht gut nicht gut ne aber Ich wollte ihn abschnechen, Alter. Ich wollte ihn abschnechen, Alter. Rechts? Oh, nein. Ich hab sie nicht runter für zum Beispiel. Ah, ich spür's auf meinem... Oh, 2. Tötchen. Standing away, hier. Ah, lass mal wieder hinsetzen. Alter, hab ich einfach 2 Leute abgestochen, oder was? Das hätte halt das ultime für Agency Ace sein können, schon wieder. Jooo. Hast du den einen nicht gehittet? Ja, ich hab ihn gehittet. Gute Runde. 3 in 1 hab ich ihm. Nicht, wenn ich spielern kann, Alter. Ah, seit wann Luis Counter-Strike gibt mir solche Aggressionen hinaus? Hä, ich bin immer. Wahrscheinlich, weil ich nur Lost in der Match History hab. Aber es ist nicht so viel Spaß. Ich hab mein Game schon geschlossen. Wie viel steht's denn bei euch eigentlich? 0 zu 0. Fertig. Oh, nice. Ah, ich bin kurz. Mal weg. Schau. Ich geh jetzt kurz weg, oder ist jetzt dein Ergebnis? Ich bin jetzt. Schau. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt nicht wirklich fertig. Ich bin jetzt mal weg. Ich bin jetzt auch kein Problem. Oh, das ist das Ganze passiert. Sondern es geht nur kurz hier. Ich bin jetzt mal kurz. Ich bin jetzt fast hier. Ich bin jetzt mal kurz, das Ganze passiert. Ein Mal weg. Ich bin jetzt mal ganz gut. Der Unternehmen, ich bin jetzt mega plafast, Ich bin jetzt mal ganz schön. Ich bin jetzt einfach sehr glücklich. Oh, oh, oh. Vielen Dank.